Nach dem überragenden Part, wo wir die grüne Brücke so easy geschafft haben, geht's jetzt nochmal weiter mit dem Schlachthaus. Das hatten wir auch recht weit schon geschafft. Hätte der Bodo mal das Gold abgelegt, dann hätte er... Ja, ja, nur weil ich das Gold nicht abgelegt habe, ist klar. Dann hätten wir das vielleicht auch noch besser geschafft, wer weiß. Los geht's. Das ging ja da unten schon zur Sache. Ja. So, auf geht's nach unten. Und ich, äh, je länger du mit den Pistolen unterwegs bist, desto besser, glaube ich, ist das. Hier ist überhaupt nichts los. Kann ja auch was los sein. Oh mein Gott, hat er den beim letzten Mal auch schon so stark weggeschossen? Scheiße, sorry. Gerade die Zivilisten, ich dachte, das wäre eine Wache. Hier ist aber noch einer. Oh, Kabelbinder Level 2. Erhalten. So, dann save. Gut, macht ihr. Boah, hier Tirolos runterlassen. Ich sehe nichts mehr. So, ey, das haben wir ja soweit hier easy geschafft gehabt. Bisher sieht's ja auch noch sehr gut aus. Okay, sie kommen aus dem langen Gang. Ah, noch scheint es ruhig zu sein. Genau. Also ich musste noch nicht groß schießen. Vielleicht auch nicht. So, jetzt geht's los. Geil, hab ich den direkt erwischt. Okay, sie versammeln sich gerade draußen. Ich sorge dafür, dass von hinten keiner kommt. Oh. Toll, ich muss hier mit Jopak, äh, bin ich im Eingang und Jopak sieht schon nicht mehr so gesund aus. Ja. Okay, da ist ein Schild. Ihr kommt da drin zurecht. Das war klar, dass der down geht. Ein bisschen, ja. Ich helfe ihm hoch. Aber jetzt kommen sie halt wahrscheinlich durch den Eingang. Scheiße. Scheiße. Bulldozer. Bulldozer. Oh mein Gott, irgendwer glitscht hier durch die Wahn. Okay, kein Sturmangriff. Draußen ist noch ein Schild. Und? Ja, da unten der Scheiß hier noch. Eine Minute, dann ist er wieder Sturmangriff. Mein Gott, das ist nicht gut getimt gewesen. Hat irgendeiner nicht schnell genug das Ding da angewandt. Nein. Meine Fresse, die ballern hier wie wild. Langer Korridor sind noch laufen, Leute. So was wie eine Granate müsste man mal haben. Boah. Man, irgendwie glitschen die hier tierisch durch die Wand. Ja, vergewaltige mich ruhig mit deiner Pistole. Ich hab auch nur ne Shotgun. Das war erbärmlich. Das einzige Schöne ist, dass ich Envy mal hier zu holen. Gold nehmen. Ja, erstmal muss dieses Schild hier weg. Okay, wir haben es offen. Okay, das Gold ist laden. Get die Bags auf den Boden. Zu den Containern. Stasch es. Gut, verstecke das Gold. So, ich hab Gold aufgenommen. So, und jetzt versteckst du es bitte mit mir. Ja, irgendwer hat das gehört. Das sind noch zwei Goldtaschen. Und Jopak läuft hier einfach durch die Gegend. Na gut. Wir sind da jetzt zwei Bags. Warum liegen da jetzt schon zwei Ammo-Bags? Drei? Ne, da ist noch mehr von dem Gold. Hier ist ein Smoker. David muss noch das Gold nehmen. David muss noch Gold nehmen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr texten hier. Oh, da hat er schon. Aber eine Tasche liegt da. Alter, was ist denn jetzt hier los, Mann? Wo soll ich das Gold hin machen? Ja, nochmal noch gar nicht. Oh, erst Benzin. Das hole ich gerade. Das geht hier denn schon wieder ab. Okay. Gut. Benzin brennt. So, bei dem Swat-Borgen. So, bei dem Swat-Borgen. So, bei dem Swat-Borgen. So, ich hab mein Gold hier diesmal platziert. Ja toll. Was ist mit Jopak? Wir brauchen noch mehr Benzin. Wir müssen eine Falle vorbereiten. Jaaaa, die bereiten uns gerade eine Falle, glaube ich. Oh mein Gott. Au, hier geht's ja ganz scharf. Oh ja. Und Jopak ist in Haft. Hier, ich stell ne... Ja, ganz dringend. Wir brauchen mehr Benzin. Wo kriegen wir Benzin her? So, da hinten sind genügend Kanister. Wo? Da hinten? Wann siehst du denn das nicht? Das ist doch alles Gold markiert. Ach da. Ja, da komme ich noch gar nicht hin. Keine Munition mehr. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und wie sollen wir da jetzt bitte noch hinkommen? Siehst du, was hier los ist? Schild rechts. Ich kümmere mich um links. So, ich hab Benzin. Ich darf halt leider nicht mehr als eins nehmen, ne? Ja, wir sind doch hier. Hier hinten in der Ecke ist noch eins. Da, wo ich bin. So, ich hab auch Benzin. Gut. Guck mal, haben wir da hinten nicht noch? Kommst du? Ja. Würdest du die Goldkisse noch mitnehmen, oder geht das nicht? Ich glaube, es geht nicht. Ist auch egal, wie viel Gold wir machen. Wir will die Mission nicht schaffen. Was ist Munition hier? Ich hab mal Jopak wieder geholt. Jo, ist gut. So, und jetzt raus hier. Und er baut nur Scheiße. Er rennt jetzt schon wieder in die falsche Richtung. Bulldozer. Bulldozer. Scheiße, ich bin down. Ihr seid alle down. Schlecht. Nee. Nur David. Bruder, komm, komm, komm. Schütz mich. Ja, ich mach schon. Oh. Oh. Was das ein Leben gekostet hat. Warum hab ich den nicht nachgeladen? Ich bobb. Oida. Mann, ich weiß auch gar nicht, was mich alles trifft. Wir sind überall. Oben, unten, links, rechts. Okay, Bulldozer läuft hier noch um. Ist tot. So, schnell wiederbeleben. Komm, 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 komm. Okay, Gold rausheben. Also nur noch Stellung halten. Schild, 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 Schild. Brauch ich jetzt meinen Benzin hier noch irgendwo? Oder hab ich das umsonst mitgenommen? Was hast du umsonst genommen? Das ist Benzin. Schild. Schild, Schild, Schild. Schild." Oida. Schild, Song, oder disrupt Oh. Wahrscheinlich sind wir auf der Flucht scheitern wir wieder oder so. Meine Fresse, was hier in der Mitte los ist, ist ja Wahnsinn. Überall Smoke, ich sehe nichts. Aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus. An und für sich hast du da recht, aber da sind auch noch eine Menge Leute unterwegs. Wenn wir uns gescheit verstecken, Arztasche hat keine Männer. Nee, aber ich brauche Munition. Munition ist hier. Da ist ein Schild. Direkt bei der Munitionstasche, wo auch sonst. Was ist sonst? Bist du Schild schon down? Ja. Nee. Ui. Ui. David ist außer Gefängn. Ich kümmere mich schon drum. Wir sollen jetzt einfach nur die Polizei beschäftigen, ja? Jopak ist außer Gefängn. Machst du das? Nee. Okay. Alter, was ist hier los? Ich habe langsam ein ungutes Gefühl. Keine Energie mehr. Kaum Munition. Munition. Munition liegt eine Menge einfach rum. Ja, die kann ich noch nicht aufnehmen. Da ist wieder ein Schild. Mann, ist das krank. Das ist echt nicht schön, ey. Du stehst da gerade alleine, das weißt du, ne? Oh ja, da ist ein Bulldozer. Ich bin völlig alleine gegen den Bulldozer. Ja, völlig alleine gegen den Bulldozer. Was will ich machen? Ja, das klingt. Boah. Allerdings werden wir nicht viel besser gegen ihn aussehen, jetzt wirklich. Jopak geht's noch ganz gut, aber ausgehend in Jopak. Jetzt kommt, hilft mir einer, neun Sekunden erst für dich, oder? Nee. Scheiße. Ich platziere die Falle. Jetzt müssen wir erst noch eine Falle platzieren. Ich dachte, das hätten wir schon. Oben sind drei. Ach, das bringt ja nichts. Das kann ich denen ja nicht sagen. Keine Ahnung, wo ich eine Falle platzieren soll. Du bist auch da. Schau mal oben an den Koteln, einen grünen, hinter dir. Andere Seite. Ja, ich sehe nichts. Hier ist gerade eine Smokebomb und... Boah, ich bleibe lieber bei David. Ganz offen, im offenen Feld. Versteckt euch viel. Ja, verstecken ist gut. Haltet durch, Jungs. Haltet durch, bitte. Das liegt ne Waffe. Ich hab auch nicht mehr wirklich viel Munition. Ich hätte noch ne Amour Bag. Weiß nicht mehr. Dummerweise. Der Stürmer gefüllt hier wahrscheinlich auch wieder einfach nicht auf. Wahrscheinlich. Der Stürmer wird. Bodo, du stehst in deinem Gegner drin. Ich weiß. Ich versuche, zur Falle zu kommen. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wo ich sie platzieren soll. Der markierte Punkt. Ja, der markierte Punkt. Flieh! Alter, hol den Joppa hoch. Und flieh. So lange er uns beschützt. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich seh bisher auch noch nicht, wo. Da hinten ist 27 Meter. Los, lauft! Alter, wenn wir das auch schaffen, ey, dann... ... würde ich völlig ausklippen. Boah! Oh mein Gott! Ich hab' zu knicken, Mann. Ich hab' keine Ahnung, wo ich bin. Ja, weiter, weiter. Richtung stimmt, Richtung stimmt. Da ist auch keiner. Boah, ihr seid dann alle fast voll im Arsch. Okay, wir haben's durch. Oh mein Gott, wir sind durch. Ja, Joppa verstirbt halt noch, aber es ist egal. Wir haben's geschafft, Mann. Oh mein Gott. Bam! Ich flipp aus, wie wir hier grad Payday rocken. Oh mein Gott! Also hier sieht man wirklich, Payday ist ein absolutes Spiel, wo man Erfahrung braucht. Wo man definitiv Erfahrungspunkte für die Level braucht. Aber dann läuft's. Bam! 1 2 2 4 5 4 Bis zum nächsten Mal.